Bevor ich die rote Karte kriege, ziehe ich mich natürlich wieder ordnungsgemäß an. Tutorial Nummer 6 in Vorlastigkeit, denn Joko hat noch nicht geliefert. Wer ist Joko? Joko Winterscheid von Halligalli. Als YouTuber, als neuer YouTuber im Jahre 2015, Anno Knack April, ist er erschienen mit seinem Tutorial und meiner einer der Medienkanzler aus dem Jahre 1995, YouTuber Anno Knack. Ich bin seit 1995 und ich mach dasselbe wie Joko, nur bin ich Produzent und hab ne eigene Firma, kann mich also nicht vor der Kamera vergnügen und damit auf irgendeine Art Geld zu verdienen. So meine lieben Freunde, 1995, wie auch im Jahre 2015, huldige ich all meinen Fans bei YouTube. Meiner einer Maischberger damals und diverse andere und natürlich Tele5. 1995 Tele5 und heute 2015 ist Tele5 einfach nur geil. So was Joko versus, also Joko Winterberg versus Medienkanzler, ob er einsteigt weiß ich nicht. Also der Medienkanzler versus fordert Joko Weiterscheid jetzt hier im sechsten Tutorial. Warum ich ausgesehen habe wie ein Clown oder Ekel Alfred war klar, war mal ne Idee, denn wir hatten Ostern. Wir hatten Ostern 2015 und meiner einer hatte keine Lust in seinen Kampfdress zu steigen. Als Producer und hier in der Firma muss ich natürlich ordentlich aussehen. Aber vor der Kamera hab ich mir gedacht, zieh mal vom Leder. Darf ich nicht? Haben meine Schauspieler, die nämlich mitmachen werden und die Firmen, die dahinter stehen, gesagt, ey, lass es, zieh den Mantel aus. Sei wieder wie 1995. I am back. I won't come back. I am back. Ja, ich bin zurück. Euer Medienkanzler aus dem Jahre 1995. YouTuber UpromTV. Du bist TV. 6,8 Millionen Zuschauer an 38 Millionen Haushalten. Und heute im Jahre 2015. Wow, wow, wow. Heute ist natürlich Joko. Joko Winterscheid natürlich der Star. Halligalli, ist ja klar. Und meiner einer ist vergessen. Seid mir nicht böse. Ich hab ne Firma. Ob ihr mich vergessen oder ob ihr mich wieder aufnehmt, in euer Ruhm ist, Halle. Denn die Clips damals, 4.800 an der Zahl von 1995 bis 2005, waren unter den 100 Besten bei YouTube. Und das kann ich immer noch beweisen. Ja, die einige hab ich ja stehen lassen. Und aus Spaß, um so ne Kamera mal zu testen, hab ich einige Clips gemacht. Aber jetzt, Tutorial. Sechster Teil. Ich fordere weiterhin den Joko Weiterscheid. Halligalli. Ja. Joko Weiterscheid versus Medienkanzler. Ab Tutorial 7 werde ich mir dann wieder anschauen, was Joko vorlegt. 19 Uhr. Der Medienkanzler danach 20 Uhr. Versprochen.